Gilmore Girls schon dreimal durch und Stranger Things Staffel 2 kommt erst 2017? Kein Problem, hier sind für dich unsere Tipps der Neuerscheinung auf Netflix im September 2016. Henry? Judge? Ja. Ich lebe mein Leben, Tag zu Tag. Das Marvel-Imperium marschiert weiter Richtung Weltherrschaft. Nach Daredevil und Jessica Jones bekommt der unverwundbare Brummbär Luke Cage seine eigene Serie. Hier ist Qualität vorprogrammiert. Agentin Starling versucht mit Hilfe des kannibalistisch veranlagten Psychiaters Hannibal Lecter, den Serienkiller Buffalo Bill zu fangen. Den packenden, unangenehmen und intelligenten Thriller-Klassiker Das Schweigen der Lämmer ab jetzt nachholen. Der Überraschungshit um Pablo Escobas Drogenimperium schlug im letzten Jahr ein wie eine Kokainbombe. Die zweite Staffel kam genauso schnell hinterhergeschossen und verspricht wieder eine Menge Untertitel gelese. Narcos Staffel 2, also ab dem 2.9. am Start. Er kann auch ohne fliegenden Anzug. Robert Downey Jr. im unaufgeregt und teilweise etwas auf der Bremse stehenden Drama Der Richter. Bildet euch jetzt euer eigenes Urteil. Und hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017